Das ist unsere treuerste Fan, der Herbie. Und gestern haben wir im Keller unten eine Session gemacht und da hat er eine Nummer gespielt, die der Sigi normal macht. Und der hat das fast dann für dich umgespielt. Und wir haben gesagt, das machst du halt auf der Bühne, okay? Aber wir wollen ein bisschen die Jungen auch featuren, ich finde das ist total in Ordnung. Und die machen ja Sachen... Alles cool? Das ist einer von euch, liebe Freunde, der kommt da... Woher kommst du? Windpasse. Das war Windpasse, ja. It's one of you guys here, man. As a native player. As a native player. As a native player. Right? As a native player. 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 Okay, it's rock and roll time. Herbert Adelbaum. Kuitor. A little shot of everything. Ein, zwei, Trinkor. Musik 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 Vielen Dank.